Illunininoann BrightBild BLED Ja ganz alleine weil Was niemand um 21 Uhr aufnimmt und ich habe morgen schule und ich habe einfach keinen bock auf die schule so viel pflanzer stein eine ewigkeit später ja auch gut spiel das in der tat jetzt merkt man wieso man nicht mehr so viel büsch später spielt genau genau 2000 jahre später ja man kann nicht so richtigen talent aufbauen korsi die körperlich ficken dicker will er mich ficken mein gott schon einer der mit creeper spielt ich wette damit das war balloon ball also ich mache jetzt nur eine kunde weiß um 21 uhr ist weil also ich nehme jetzt nur eine folge auf das heißt vielleicht sechs oder so paar minuten dass ich war in ein thema laber wie mein videos rausgekommen ich weiß nicht ob ich das zu ende bringen kann ich weiß das nicht weil ich mag generell keine horrorspiele kann man schon mal sagen ich mag einfach keine hochspiele ich habe immer eine team bibliothek in wie den zweiten und sister location ok so dass wir auch mal zu was kommen ich glaube bei revie wurde sehr oft gut heck wo es mit mit spiel das war wenn man einfach bei revie einmal gmort hat dann spielt man glaube ich nur noch gut spiel das so man weiß glaube ich wieso man muss einfach nur muss einfach nur heck was eingeben das war's und dann danach musst du einfach diese pflastersteine und so was hier sind einfach mitspieler geben und sagt hat man das schon höh jetzt ob komm mal oh nein mitsstil der musik hoch ok ok der der stil jump ich mir geblieben smaragd blöcke ja gut in mehr buchstein auf der map aber das auch gut weil also jetzt unendlich bruchstein so normalerweise muss man das aufteilen was wer macht aber ich habe ich ein nutzloses team also aber die 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 folge wird eh glaube ich 20 minuten sein also kann ich mich schon mal freuen zum schneiden allol der teleporter zonen also das witzigste wäre wenn wir jetzt ein team gelb werden in der base also dann dann kann man richtig farm ich glaube nicht alle wissen glaube ich das textur bei mir ich weiß nicht ob ich das einmal gesagt habe dass von wem das textur also ich habe meinen textur weg aber fair vielleicht das war so natürlich würde ich so rote p da war eigentlich könnte man hier so richtig geilen boah hätte man jetzt ich glaube man könnte das machen dass hier so ein fötter raum ist und dann ein bisschen ist als mit koppelst ja weil das so ich gilt um ich sage ich immer ich gehe zum tatschung tic khanus stufen gut ja der hat er verbaut manchmal sich und dann muss man immer darum diese 400 glaube ich so ich weiß nicht so ich hab bis jetzt niemals jetzt politik ja das sind doch die stein oder sind das die hier nein dann sind das die anderen dieser roten glaube ich ich glaube das waren die roten ja das war das rote das hier oben ich baue mal hier ab ich glaube man braucht beide ist das auch noch aber ist schon poliert ja gut auch obte die luk oh mein gott dann aber man okay da merkt man schon das alter woher haben das die andere gruppe hat 36 wir haben gerade erst mal zehn weil wir so langsam sind der teleporter das dauert okay ich keine ahnung wie durch das gemacht aber ich mag eben das nicht als ob ich nie oder das ist nicht ich kann hier einfach alles abfahren okay die stürmen gerade keine ahnung okay Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, und wie soll ich es jetzt alleine schaffen? Gut, ich brauche... Also... schaffe ich das nicht. Ja gut, es ist auch 21 Uhr da, geht auch... Fast jeden Spät. Gut aussah, bei mir. Aber... Das ist, glaube ich, irgendwo... Getötet worden. Glaub ich... Das hat der Herr Flasterstein... Okay... Ich schreibe schon mal GG hören. Weil... Ich hab fast niemanden... Und zwar wenn ich schlecht... Ich bin Mühe aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso hat das niemand hier abgebaut? Okay... Ich baue das hier sehr schnell ab. Nicht... 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 Ich baue das... Ich baue das... Ich baue das... Ich baue das... Alter, ich... Ich... Ich hab fast gar nichts, also... Ich baue das... Ach man... Okay. K Krupp Krupp aufnehmen K ich kann ihn auch nicht jetzt so einfach töten weil bitte ich hab fast gar keinen ecke so der hat ganz sicher und das komplette in was rausgenommen ich brauche ihn nur einmal runter zu schützen ich muss ihn irgendwie kritten aber ich weiß nicht wie ganz sicher ist er schon das ist bei mir gelaufen schon ja 97 bitte dann brauche ich irgendein heck ja ja gg ich brauche dann eh in einen heck guck mal die sind so weit also braucht man nichts mehr zu machen sie meine schätze weil alleine da kannst du nichts machen es war eigentlich nicht fair also also hätte ich ihn jetzt getötet das wäre glaube ich glück also wenn ich ihn runter geschmissen hätte ja 99 ja 300 bitte ja ja ok gut dann war es das mit der aufnahme viel spaß noch und compa bewertete parts und auch viel spaß snow s